Er ist ein Titan. Er ist eine lebende Theaterlegende in Kaiserslautern. Urgestein Peter Nüsch kommt am Donnerstag in den Otterberger Hof nach Otterberg. Achtung, die Veranstaltung ist ausverkauft, aber Public Viewing Plätze im Restaurant werden eingerichtet. Tickets gibt es am Donnerstag ab 18 Uhr an der Abendkasse. Kunstgriff. In unserer Region. Für unsere Region. Untertitelung des ZDF für funk, 2017